. Wo seid ihr geboren geworden, lieber? In Schwintianer Region . Wie hat sich auf Jiddisch gerufen, . Wie hat sich auf Jiddisch gerufen, . Wie hat man mit Jiddisch gerufen, ? Wie hat man mit Jiddisch gerufen zwischen sich? Ich lebe mit Jiddisch gerufen, aber es ist nicht richtig. Wie heißt es? Es ist nicht richtig, wie? Jiddisch. Was verastet ihr, wenn Jiddisch gerufen? Probiert sich die Monenriwe das erste Jahr? Ich gehe nicht auf die Pälische Schule. Aber das erste Jahr? Was sind denn die ersten Sachen? Ich fang sehr oft zu krinken. Und die Menschen fangen vorbeigehen, und sie fangen mit der Hand an, das ist eine niedrige Lebedicke. Dann haben wir gewachsen, und wir haben fünf Kinder. Meine Tate war als Schneider. Und meine Mutter, und meine Mutter hat geschaut, war bei uns viele Kühe bei uns. Das war die Städte. Und ich habe keinen Stub gegessen. Und meine Tate ging zur Schule. Und wenn sie wieder beschmettert ist, und wir gehen zur Schule, und meine Tate fangen. Dann fangen die Tese. Kind zworig, in den Dorf fangen die Tese, und Fleisch fangen die Kehlenden. Und meine Einen waren froh. Wo? Wo? Bei welchem Wolf? Bei welchem Wolf? Der war in der Burschtein. Bei Burschtein. Bei Burschtein. Wie haben die Brüder und Schwestern geessen? Ein Bruder hat geessen Hirschke. Er war in einer drei älteren Familie, und er ist auf den Front gekommen, und bei einem freien Weißrussland. Hirschgespieß. Da. Hirschgespieß. Und dann noch? Im Norden haben wir die Zweite. Im Norden haben wir Zivke, Wölfke, und Baske. Fünf Kinderlach. Und jetzt haben meine Tate mit Schwärze verdienen vor allem. Aber alle haben einen guten Schneider gewonnen. Und alle haben die Mutter gearbeitet. Und die Eltern nehmen die Schale, dass sie die gestärkt haben, sollen wir morgen bis zum Hungen haben die mir kommen, und zwei Paläken und mit sich heißen Oisboot, Oisgroot, 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 Wann hat man geschossen am Montag, dem 23. Jahrhundert? Die Familie, wer gedenkt? Das ist doch 70 Jahre zurück. Wem gedenkt ihr von eiern gesprochen? Meine Tate, einer. Meine Taten hat man erschossen. Zwischen die Iden hat man erschossen, der Märchen dort. Urspolistate, meine Tate, Abeliewicz, noch einer, der in Kanada gelebt hat, mit seiner Familie. Und mit einer hat sie hingekommen, die noch zettelten mehr. Und was hat man selber erschossen? Und was hat man getan? Bläuse Litwiner? Oder gewinnen deutsche Oli? Nein, deutsche noch nie gewinnen. Als sie hunderte Milch haben, sind leif in der Goliath. Was haben die, dass die Litwiner zu eiern taten? Die Tate haben sie nicht gehabt, und hat sehr gut gelebt. Er fängt nähen, und er fängt zu haben, gleich zu bezahlen von der Arbeit. Er fängt zu sorgen, wen ich zu haben, zu bringen. Nur, es ist passiert. Trotzdem haben sie sich immer nicht bewiesen. Es ist eine Sonne verbieten. Und da ist er gleich. Sonne ist eine Sache, aber das Schießen ist schon gar ein bisschen anders. Wieder klärt ihr das, als Montag, als Montag dem 23. nach Eder, wenn es der Deutsche noch nie gewinnt, soll man euch schießen, schreien. Und zwei Polacken, wo es ein gewinnt, im Kläster, wo es noch verklingelt, wie wir denken, dass sie ihre Dosen ist. Und zwei Polacken, nicht lange gewinnt von John gekommen, er hieß es, etliche Eden. Einer gewinnt von Peru. Und Sane, kennt ihr das Sane? Er hat gesagt, dass ihr, ein feilischer, jüdischer, und ich, mein Mann, alle haben geschossen. Er hat sich als Gendit, dieser Zugang zu mir, und mir gefragt, ein feilischer hat mir gerät. Er hat mir gefragt, zehn Jäden, die Polacken, so geht es im ganzen Leben. Unsere Litwiner haben Feinde gehabt, Polacken. Einfach her, als man halt zerbaut. Er hat geschossen, zehn Jäden, plus zwei Polacken. Ja, plus. Das heißt, zwei. In einer großen Gruppe. Und man weiß, wo der Gruppe ist? Ja, mit den Beinen. Bei den Gruppen heißt es hinter den Städten gleich. Nur eine fremde Erde. Und als der einzige Wohrn der Psyne, und nach dem Weg steht ein kleines Denkmal. Und auf alle Böse von der Erde hat er das Aro geworfen, dem Denkmal oder so, auf seine Erde. So wird er nicht tragen. Jene Montag, dem 23. Juni 1941, ist gewann in Daugelischik eine gute Litwiner, was hat geprüft, zu helfen. Ich weiß, dass ich auf dem Weg auf dem Weg war, wo ich für jeden alle wusste, und alle haben mir gleich gesagt, die haben gesagt, deine Frau, was du mir zugenommst, du, was ich will, wie ist es bei dem? Dein Akku hat mir gehabt. Die Kuh hat der zugenommen. Die haben wir 20 Jahre verfinstert. Wem seid ihr geboren geworden, so lange Jahre? Ich bin geboren, im 24. Jahr, am 20. März, am 20. März. Die waren 16 Jahre. Und ihr habt nicht gesehen, weiße Ohrenbändler, am ersten Tag? Nein. Am ersten Tag, die waren erschossen, die zwölf Mann. und sie haben ein Buch geschrieben. Auf Russisch? Auf Russisch? Auf Russisch. Auf Russisch. In Israel. In Israel. Und er hat geschrieben, und er hat geschrieben, und er hat geschossen, und er hat geschossen, ich bin dritteiker. Ich bin dritteiker. Ich bin dritteiker, und er hat 16 Jahre Heimtisch in der Känse seiner Mama zweimal.